Kapitel 3 Laufen es eine Entscheidung Kapitel 3 Laufen es eine Entscheidung Kapitel 3 Laufen es eine Entscheidung Kapitel 4 Laufen es eine Entscheidung Kapitel 4 wirkliche Macht. Ich wüsste alle, dass wir nicht mehr so viel Zeit miteinander haben als Ferien, aber ich dachte, dass wir an einem gemeinsamen Ziel arbeiten dürfen. Ich kann das gar nicht leben, was er gesagt hat. Er wird auch immer so freundlich und entgegen kommen. Er ist so ein guter Vater für unsere Kinder. Wo kann er uns das bloß andauern? Ich habe mich abmerksam gemacht, dass sie mir die Einzelheiten in den letzten 12 Jahren von ihrer Ehe verteilt. Dort wird eine Geschichte, was auch so ähnlich als Vorken gehört hat. Die Zeit, als sie sich noch einer wie dem anderen haben versucht, anzuschmecheln, wir seien abregend gewesen, und als sie so recht sehr verleift gewesen wären, haben sie sich befriedet. Dann kam die Zeit, wo sie sich taub waren, aber sie waren immer noch glücklich und lebten, gut aufgesächert und gute Verhältnisse, aber die höhere Gefälle von den verleifteten Leuten wir anbaut noch. Besonders hatten sie dort versiebt, dem anderen seine Leibsprache gut genug zu lernen. Über mehrere Jahre hatten sie mit einem halbvollen Leibtang geliebt und immer gerade so viele Leute gekriegen, dass sie geliebt, dass wir alle in Ordnung haben. Aber Brent, sein Leibtang war ganz ladig. Ich wollte versägen, mit Brent zu reden. Am Telefon sind ich dann, so als du wahrscheinlich weißt, dass Becky noch mehr gekommen ist und hat mich von den Schwierigkeiten in seiner Ehe vertelt. Ich möchte ihr helfen, ob er dort mit ich weiß, wo du dort stehst. Und er stammt auch kurz vor, und er ist hier in meiner Office. Er verhält sich ganz anders als Becky. Sie hat sehr geliebt, und Brent sagt du, als wenn ich kalt und hart wäre. Ich hält dort weinst du für, dass sie Monate trägt, wo ihr geliebt habt. Und dort wird wahrscheinlich mein innerliches Gelieb gewusst sein. Und was Brent mich dann berechtigt, bestätigt mich dort, was ich gedacht habe. Ich glaube einfach nicht mehr, sagt er. Ich glaube eigentlich noch eine längere Zeit nicht mehr. Ich möchte Becky nicht weidunen, ob er kein Vertrauen mehr zwischen uns besteht. Unsere Gemeinschaft ist dreimal geworden. Ich mag dort keine Freude mehr mit ihr traut zu sein. Ich weiß nicht gut, wo ich dort gekommen bin. Ich wünsche mir, dort wie anders, ob er meine Gefallen für ihr sind dort. Brent denkt, das kriegt so als duzende andere Männer. Mit der ähnliche Anstellung, ich leufe meine Früh doch nicht mehr, nehmen sie sich dort reicht, eine Leifschaft mit einer anderen Früh abzunehmen. In der Früh stehen dort Krieg so, in Brocken auch die selbe Utrecht durch. Ich konnte mir in Brands in der Lage nicht denken, weil ich auch einmal an den selben Punkt angekommen bin. Duzenden von Männern in Frühstern kennen dort. Seilisch Utrecht zu sein, dort reichen zu tunen und keinen Verlatsen zu wollen, und doch, von einem großen Verlangen gedrehen zu werden, die Leif bieten ihre Eier zu sägen. Ich habe dort geleggt, dass ich dort alle in unsere jungen Eierjahren erkannt habe, dass dort verleift sind und dort verlangen nur wirkliche Leif gar nicht dasselbe wird. Viele von uns haben diesen Unterscheid noch einmal nicht erkannt. Durch wilde Filme ihrer Leif und durch nutzlose Romane sind diese zwei Sorgen von Leif und die Menschen erdenken, durch einander gebracht worden, wo durch die Ansicherheit bloß noch gratter geworden ist. Über diese beiden Sorgen von Leif haben in Wirklichkeit wenig miteinander zu tunen. Dort verleift sind, wo wir in Kapitel 3 und 4 über geredet haben, es sind, was von uns gefeilen gedrehen wird. Einer kann sich dort gar nicht vernehmen, nur weil ich verleift sind. Dort verleift sind, entsteht einfach in der Gemeinschaft zwischen zwei Menschen. Einer kann dort noch nur halten oder gehen werden, ob er mit seinen Einen wählen abbringen kann einer dort verleift sind gar nicht. Dort verleift sind, hält doch gar nicht lange an, meistens mit zwei Jahren oder noch weniger, und scheint für die Menschheit dieselbe Bedienung zu haben, als dort raubt, um sich zu paren, wie die wille Jans. Im ersten Moment erfällt dort verleift sind in uns Verlangen nur wirkliche Leib. Wir haben dort gefeilt, da ist wer, der sich für uns interessiert, der uns bewundert und uns viel regnet. Dort hat unsere Selbstsucht sehr gut, weil wir wissen, dass wir für wen die wichtigste Person sind und dass die Person wahrlich ist, sich dort für unsere Gemeinschaft Tät in Kraftkosten zu loten. Für eine Karte Tät wird ans Verlangen nur Leib gestellt. Ans Tank wird abgefällt. Was kostet diese Welt? Nuss scheint uns allmählich zu sein. Verfehle es dir das erste Mal, dass sie überhaupt mit einem Fährd und Gaudi Gefeilen leben. Und dann scheinen die Gefeilen, was boh, was die Wäldchen zu gönnen. Irgendwann kommen wir dann aber doch aus dem See, wenn den Himmel trägt, was ab dem Grund von der Wirklichkeit geht. Wenn uns Ehepartner dort gelehrt hat, unser Mutterleibspruch zu reden, dann wird ans Verlangen nur Leib auch wiedergestellt worden. Versteht dein unser Leibspruch aber nicht? Dann wird ans Leibtank anfangen, ladig zu warnen und wir wollen uns nicht mehr geleibt feilen. Dort wird unsere klare Entscheidung sein, dem anderen sein Verlangen zu erfüllen. Wenn ich mit mir mag, dem Partner seine Leibspruch zu lehren und er auch vorhin redet, dann wird er sich immer geleibt feilen. Dann wird er dort noch laut und von der Höge Gefeilen von den Verlaufsänen gar nicht aus so einem großen Verlust feilen, weil sein Leibtank abgefeilt bleibt. Wenn ich mich aber dafür währenddau, mich für seine Leibspruch entstellt, dann werden seine Menschen angestellt bleiben, wenn er von der Höge Gefeilsleib raufkommt und das Alldachsleben nennen. Nach Jahren ohne Leib wird so eine Person sich irgendwann eine Erwarte an wem verlieben und alles fangt von verhören an. Ich entscheide mich jeder Tag von mir und meine Frau ihr Verlangen nur Leib zu stellen. Wenn ich ihre persönliche Leibspruch kann, dann wird ihr bangen nur Leib gestellt und sie wird sich in meinem Leib angenehm feilen. Und wenn sie dasselbe vermiedet, dann wird auch mein Verlangen erfüllt und wir können beiden mit einem vollen Leibtank leben. Wer sich ausgelegt ist, wird viel Kraft und Maut an alle Hand arbeiten, bieten die Ehe anstögen können und wird immer noch eine Ehe führen können, die interessant blieb, dann noch rieper wird. Das wird dort, wo ich undacht, als ich ein Brandsinn versteinert hat, gesagt, kiegt in mich früch, wo wo ich am Halben können. Ich undacht, dass her lang, was er verläuft wird. Wird es noch mal am Anfang oder wird es all ganz im Schwung? Aber ganz wenig Männer, die unter einem Leibtank verleten, verleten ihre Ehe, solange sie nicht die Aussicht haben, ihren Mangel an Leib an der Wege zu stellen. Brent hält nichts geheim und stand dort alle mehrere Monate an eine andere Frühe für Leib zu sein. Er hat immer noch gehoopt, dass diese Gefeilen verschwinden würden und er die Striedigkeiten mit seiner Frühe abnehmen kann. Ob er dort wie immer bloß schlechter geworden ist, in der Leibtank die andere Frühe hat durchgenommen. Er kann sich ein Leben ohne seine Geläfte gar nicht mehr verstellen. Er hat mitleid mit Brent, der in so eine Klam hockt. Er wollte seine Frühe und das Kind auf keinen Fall weitergehen. In der Nacht glaubt er, er verdient dort, ein gelecktes Leben führen zu können. Er nahm die statistischen Zahlen für die zweite Ehe. 60 Prozent waren geschieden. Dann verviel er sich aber er weiß, dass er doch sicher wird, dass er eine Ausnahme sein wird. Er muss ihm das klar werden, was die Frühe über die Folgen von Ehe Scheidungen auf die Kinder gefangen haben, aber er weiß, dass er auch sicher wird, wieder ein Gauder Vorder sein zu können, dass die Kinder über diese Wege von der Scheidung kommen würden. Er redet mit Brent über diese Zeiten, die wir in diesem Buch durcharbeiten, und er erklärt ihm den Unterschied zwischen den Verlauf zu sein, in dem typen Verlangen ein Mensch wirklich geläfte zu werden. Er redet ihm die vier Leif-Sprachen in Vorderdam ab, seine Ehe noch eine Gelegenheit zu geben. Er weiß, dass in der ganzen Zeit, dass meine vernünftige Erklärungen an seine Himmelhöge gefeilen, nichts mehr wirken würden als Windräufelkugeln an eine Zementwand. Er bedankt sich für meine Interessen und fragt mich, ob ich Becky so gut als möglich helfen will. Ob er heute bleibt, mit Sicherheit sein zu können, dass das für seine Ehe keine Hoffnung mehr gefeilt hat. Einen Monat Lothar auch Brent mir an. Er will mit mir reden. Als er das mal in meiner Office nennt, scheint er sehr abgericht zu sein. Er wird gar nicht mehr die Stelle beherrscht am Morgen, den er kennengelernt hat. Bei seiner Geläfte wird die Hochstimmung verschwungen, und sein Stahl wie Brent in die Sachen fast, die er gar nicht gefallen. Sie trägt sich von ihrer Leifschaft träg, und er weiß nun nicht mehr, wo das wieder soll. Er trägt in den Augen, als er mir das erzählt hat, wo viel er dir bedient hat, und wo andrückbar diese Enttäuschung wäre. So hast du dich ganz aufgewiesen geworden. Eine ganze Stunde hatte ich ihn aufmerksam, und er hat mich endlich nur rot geführt. Ich sehe ihm, dass ich mit ihm mitfeilen wollte. Das, was er noch erlebt, wird er ganz selbstverständlich durch die Sonnenverlust, und er wurde nicht über Nacht verschwungen. Ich erkläre ihm aber auch, dass diese Erfahrung mir sicher kommen muss. Ich weiss ihm auf die Begrenztheit von dem Verlauf zu sein. Auf Tage oder Lothar überschließt sich jeder einer, was er trägt in die Wirklichkeit nennt, und manch einer fällt, all fertig hast, uit die Wolkenrück, wo das die andere noch ein bisschen länger dauert. Er geeft mir recht, dass das für ihn hohe Zeit gewesen wäre, war er eine klare Sicht zu kriegen. Irgendwann kann ich ihm dann auch darauf anwiesen, dass das Problem vielleicht auch dort herbiedragen kann, dass er in seine Friede gelegen hat gekriegt, eine Eierberodung in Anspruch zu nehmen. Ich helfe ihm denken, dass das wirklich in dem Leben auch eine Wellensentscheidung ist, und dass das Leben zwischendurch werden kann, weil er in seine Friede gelernt hat, einer den anderen in der echten Leifsprache zu leben. Er wird mit der Eierberodung verstanden, und in einem Monat später verleiten Brent und Becky meine Office, und sein Junge befriedet ein paar. Als ich Brent drei Jahre später war, zu seinem Krieg, vertelt er mir, wo er glücklicher Eier geworden wäre, und er bedankt sich dafür, dass ich ihm dann an die schwierigen Situationen in seinem Leben geholfen hätte. Er schaut mich fremdlich an und sieht, mein Leiftank ist noch niemals so voll gewesen, und in der Früh wird noch glücklicher Eierberodung aus Becky, wo er stimmig nicht noch eine fingen. Brent hat einen gewöhnt davon, dass Betreifeleibende noch selten das klare Denken zur Glück zurückkommt. Um zu dieser Erkenntnis zu kommen, braucht einer kein Soziologe zu sein, dort braucht einer bloß nur die Schlagerleiterhörchen. Brent seine Leibende scheint in den Krieg zu reich der Zeit war er zur Vernunft gekommen zu sein. In den nächsten Monaten, wo Brent und Becky bei mir und die Seelsorge waren, red wie viele Spiele fallen an, die sie beiden vorher niemals gelesen haben. Ob er die Schlagerleiterhörer der Wahrergeburt von ihrer Eier wäre, dass sie dem anderen seine Leibesprache keinen lehrten, und die dann auch regelmäßig brachten. Ich möchte noch einmal die Frage im Kapitel neu installieren, aber erst dann, wenn einem den Partner seiner Leibesprache wirklich nichts interessiert. Ab meinen Seminaren wird mich vorgekommen, dass er vorgestellt wird. Na, was? Sag ich dann. Meine Früh kann ich meiner Leib am besten damit bewiesen, dass ich für ihr was daunen gehe. Als ein Beweis von meiner Leib darf ich pinklich den Teppich mit dem Stoff zu reinmachen. Glaubst du, dass mir das Stoff zu entscheiden wird? Bei meiner Mutter muss ich dort immer daunen. Solange ich nur die Schule ging, kann ich im Sinn, wenn ich noch mehr auf mein Stand zum Foto spielen gehen, wenn ich erst in das ganze Haus den Stoff abgesorgen habe. In dieser Zeit habe ich mich dort sehr fast vorgenommen. Wenn ich hier erst einmal bieten sehe, würde ich eine Sache niemals mehr daunen. Ich würde keinen Stoff zu sagen mehr antworten. Ich würde mir eine Früh sagen, dass er das geht. Jetzt habe ich aber doch den Stoff am Teppich zu sehen und das sogar pinklich. Und das gibt bloß einen Grund dafür, das Leib. Für Betonung würde ich nicht Stoff zu sehen gehen, aber ich würde das doch wie meine Früh leib. Jedoch wir uns irgendetwas bedwingen hatten, so viel Chlorer bewiesen dort unser Leib. Meine Früh weiß dort, wenn ich mit dem Stoff suche, der ich das Haus gehe, dort meine Leib dann dahin stehe. Und ich weiß, dort sei mir dort gut anregend. Auf das haben Sie einmal ein Mann für mich. Opa, Dr. Chapman, dort geht auch noch. Meine Früh versteht dort entschmeicheln als ein Beweis für Leib. Und ich sie gar nicht versuche eine entschmeichlerie zu haben. Ich habe dort niemals gesehen, und dort meine Älderen sich antworten deiden. Und auch für mich wären sie niemals so leiftholig. Dort am Herzenen und antworten ist einfach nicht für mich. Was soll ich tun mit daunen? Du hast doch zwei Orms. Streik dir mal aus. Stell dir bloß vier deine Frühstunden über die, und du trägst dir an die Naun. Wenn du das erste paar hundert Mal wirst wirkliche daunen haben, wirst du dir wir gar nicht mehr veranfallen. Aber in Wirklichkeit geht das gar nicht an das gaudige Fein. Wir reden über die Leib, und die Leib meint immer den Anderen. Wir daunen doch alle jeder Tag so eine Sache, wirst uns nicht besonders schreien gauden. Vor ein Jahr ist dort sogar der Tiedig absteunen von den Nachdenken. Aber wir sahen uns dort an und steunen doch ab. Worum dauern wir dort? Will wir dort weiten, dass dort an dem Dach was wichtigste daunen gibt. Ingeweinlich wo wir am eng von den Dach ganz zufried sein, dass wir uns Däuche seit haben. Dort sellen wir Geld für die Leib. Wir fingen dort üt, während die Mutterleib sprach bei unseren Partner erst, und entscheiden uns dann darüber reden, ob es dort leicht ist oder nicht. Dort wird dir keiner behaupten, dass einer sich du wie sehr glücklich feilen mag. Wir haben uns einfach entschlossen, dem anderen was gauden zu tunen. Wir wollen, dass dem anderen sein Verlangen gestellt wird, und dort erregt wir dort dort, dort wir seine Leibsprache reden. Dort wird sein Leib-Tank abgefeuert, und sehr wahrscheinlich wird er uns die Mietträge tollen, und auch anfangen, unsere Leibsprache zu reden. Dort kriegt wir dort die Leib-Tank, was wir an dem anderen seine Gefeuert eingestellt haben, und uns Leib-Tank fängt sich auch an abzufeuert. Wir können uns dort vernehmen zu Leib-Tank und jeder einer kann auch von dort damit anfangen. auch über die Leib-Tank Wir können uns und wir können uns von der Leib-Tank dran sind. nach dem nach dem